Hallo liebe Cinecast-Freunde, jetzt müsst ihr uns auch noch zuschauen, es wird immer schlimmer, ich weiß. Was machen wir eigentlich hier? Wir haben uns überlegt, Podcast hin oder her macht Spaß, wir wollen euch aber vielleicht auch noch ein bisschen was optisch bieten, nicht nur unsere Astralkörper, sondern verschiedene Kategorien, verschiedene Bereiche, die wir euch bald näher bringen. Darunter fällt zum Beispiel, dass wir regelmäßig, so wie jetzt hier, oder eher unregelmäßig versuchen, kleinere Streitgespräche zu führen zu bestimmten Filmen. Ihr seht hier schon im Hintergrund, die liebe Alice, Resident Evil, wir hatten es schon im Audio-Podcast erwähnt, wir haben ihn jetzt beide gesehen und wir werden nachher dann, bzw. ihr werdet es dann in ein paar Tagen sehen, in unserem ersten Zwiegespräch über diesen Film sprechen. Dann, ein weiteres Thema ist Technik, ich habe ja auch schon öfter erzählt, da ich im Kino arbeite, möchte ich euch gerne ein bisschen die Technik näher bringen, also euch ab und an mal ein paar Sachen zeigen, wie 35mm, 70mm IMAX-Format, euch mal noch so einen alten Projektor zeigen, weil ich denke, die jüngeren Leute werden den nie wiedersehen, denn mittlerweile ist ja fast alles digital und natürlich auch digitale Projektoren. Warum nicht? Richtig. Von mir gucken, was kommt, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es wird keinen interessieren, wie ich Eis verkaufe oder ein Kinosaal aufräume. Falls doch, sagt es uns, wir nehmen es auf. Wir nehmen es auf. Richtig, dann filme ich mich beim Eismachen, das ist immer sehr lustig. Genau, ansonsten vielleicht auch ein bisschen jenseits vom Tellerrand, nicht nur Filme, wenn Kai zum Beispiel mal wieder ein gutes Spiel gespielt hat, kann er euch dann natürlich auch vom Bericht nur beantworten. Leidenschaftlicher Gehme, seit ich drei bin. Seit drei. Meine Eltern lieben mich. Also, seid hier dabei bei Syndicast TV, in den nächsten Ausgaben gibt es dann mehr dazu. Mal mehr, mal weniger. Genau. Wunderbar. Bis dann. Bye. 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 Bye.